Wir werden jetzt ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie du Millionärin geworden bist. Manifestieren und Taterbe. War das schon alles? Ich habe mir gedacht, für die Arbeit, ich bin so viel mehr wert. Und habe dann in der Zeitschrift eine Kolumne gelesen, vor acht Jahren, über das Thema Online-Coaching. Also ich habe einfach gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet, macht man es richtig oder falsch? Wie ist so ein Format? Ich habe Zendee genommen und in Facebook reingeredet. Ja, und es ist so erfolgreich geworden, dass du dadurch Millionärin geworden bist. Absolut richtig. Also nach drei Jahren hatten wir die erste Million. Und viele Menschen hätten das auch gerne, anstatt selber loszugehen und sich dieses Leben zu erschaffen. Jeder Mensch kann über sich hinaus wachsen. Nicht das Geld hat mich freigemacht. Es gibt ein einziges Geheimnis. Nur Geld macht keinen Sinn. Einmal erleuchtet uns zurück. Der Podcast der Dennis Scharnweber Akademie für ein erfolgreiches Leben mit Dennis Scharnweber und Mario Lorek. Jede Woche bekommst du eine neue Podcast-Folge mit inspirierenden Persönlichkeiten, erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit uns ihre erleuchtendsten Momente und spannendsten Business-Ideen teilen. Freu dich auf humorvolle Gespräche mit Tiefgang. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Folge und ganz viel Inspiration für deine eigenen Projekte. Selfmade-Millionäre kommen bekanntlicherweise aus den USA. Aber mittlerweile gibt es in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich auch schon Selfmade-Millionäre und Millionärinnen. Und wie das hier in Europa oder eben auch in der Schweiz funktionieren kann, das wollten wir erfahren. Und deswegen haben wir uns jemanden eingeladen und zwar Christina Sternbauer, die uns da mal aufklären kann. Christina, herzlich willkommen. Ja, bei, einmal erleuchtet und zurück. Ah. Was? Was? Ah. Hilfe. Sag, wer mich führt. Ey, vielen Dank für die Einladung. Jetzt war ich kurz mal sprachlos. Ja, wir haben ja gesagt, einmal erleuchtet und zurück. Wir wollten diesen Podcast so nennen, weil es ja Momente im Leben gibt, wo du sagst, ah, ich habe jetzt die Idee, ich habe die Erleuchtung und dann machst du das. Und dann gibt es manchmal so einen Wumms. Und dann kommst du ja komplett zurück. Und dadurch kriegst du vielleicht dann die Erkenntnis, die dich nach vorne bringt. Und darüber wollen wir ein bisschen mit dir sprechen. Christina war ganz süß, weil sie sagte, was machen wir jetzt eigentlich? Wir werden jetzt ein bisschen mit dir darüber sprechen, ja, wie du Millionärin geworden bist. Und vielleicht hast du auch gute Tipps für die Frauen da draußen und die Männer da draußen. Oder vielleicht auch für die Jugend, die auch das mal vorhaben. Und worauf da man achten darf, dass das auch richtig fluffig funktioniert. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Tolle Themen und jetzt lass uns loslegen. Ja, super. Wir haben ja für den Anfang was vorbereitet, damit die Leute dich so ein bisschen besser kennenlernen können. So ein kleines Entweder-Oder. Du antwortest einfach intuitiv. Wunderbar. Okay, dann fangen wir mal an. Rolex oder Audemar-Piquet? Also Audemar-Piquet, ganz klar. Online oder offline? Online. Markenbrand oder Personalbrand? Personalbrand. Ads oder organisches Wachstum? Ads, Ads, Ads. Privatjet oder Yacht? Oh, das ist schwer. Beides. Darf ich beides sagen? Doch, ich sage beides. Ja, klar. Ich darf. Manifestieren oder harte Arbeit? Manifestieren und harte Arbeit. Thailand oder Dubai? Thailand. Tesla oder Porsche? Tesla. Mitarbeiter oder One-Woman-Show? Mitarbeiter. Freelancer oder Agentur? Kommt drauf an. Okay, vielen Dank. Wir haben für dich diese Karte mit unserem Affen hier drauf, von einmal erleuchtet und zurück. Und die darfst du ziehen, falls eine Frage unangenehm sein sollte. Wunderbar, bin ich gespannt. Und die musst du auch nicht beantworten. Bitte? Die musst du auch natürlich nicht beantworten. Die muss ich nicht beantworten. Und dann kannst du Mario eine Frage stellen. Oder Dennis. Oder Dennis. Mario oder Dennis. Also irgendeinen von euch. Alles klar. Ja. Übrigens habe ich noch einen Tipp. Wo ich wieder ein reingrätsche. Wenn du nicht weißt, Yacht oder Jet. Ich will keine Yacht und ich will keinen Jet. Aber ich will einen Freund haben, der eine Yacht hat. Oder eine Freundin. Oder einen Freund oder Freundin, die einen Jet haben. Das ist viel entspannter. Ich bin komplett bei dir. Ich komme aber gerade von der Yacht. Ich war vorgestern auf einer Yacht. Und ich fliege nächste Woche Privatjet. Und deshalb bin ich gerade von beidens hier angetan. Kann ich gerade nicht. Ja. Und ich habe es mir selber gegönnt. Und nicht einen Freund. Aber ich habe es nicht. Halt gemietet. Ja. Aber es ist auch gut. Ja. Auch schön. Ich habe Freunde mitgenommen. Aber du kannst ja mal zu mir auf die Yacht kommen. Ja. Eine tolle Sache. Wenn du eine Yacht hast, ich komme gerne. Wenn du mir gemietet habe, dann gerne. Ja. Ja, damit die Leute dich jetzt noch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Und was du überhaupt alles so machst. Hast du jetzt eine Minute Zeit, unsere sogenannten Elevator Pitches, dich mal vorzustellen und einmal zu erzählen, was eigentlich dich so antreibt. Jetzt kommt der Elevator Pitch. Mein Name ist Christina. Früher war ich Ärztin. Und zwar in der Psychiatrie, im weißen Kittel. Ich war überfordert, unterfordert und gelangweilt zugleich. Und da habe ich immer gefragt, war das schon alles? Und ich war auch unterbezahlt. Und das hat mich angetrieben zu fragen, da muss ja noch mehr möglich sein im Leben. Vor allem muss mehr Mensch sein möglich sein in seinem Job. Man muss seine Berufung leben können. Also ich habe mir ein eigenes Online-Business gestartet. Und das lief gut, ist sehr gut und läuft und läuft und läuft. Und heute helfe ich Menschen, genau diesen Weg auch zu gehen. Mehr aus sich zu machen, mehr Geld zu verdienen mit dem, was ihre Berufung ist. Mit dem, dass sie die Welt verändern. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen in einem Nachtdienst. Und da war jemand, der psychologisch helfen musste und der irre Gedanken hatte und sagt, kriegt er nicht hin, nehme ich. So ungefähr so. Also ich hatte tatsächlich einen Nachtdienst und war in dieser Nacht komplett voll frustriert. Also so nach sieben Aufnahmen und ich wusste, was am nächsten Tag auf dem Gehaltszettel sozusagen dazukommt. Das waren knappe 45 Euro, ungelogen. Da habe ich mir gedacht, für die Arbeit, ich bin so viel mehr wert als das, was ich da kriege. Und habe dann in einer Zeitschrift eine Kolumne gelesen vor acht Jahren über das Thema Online-Coaching. Da habe ich gedacht, that's it, das mache ich, das will ich machen. Und so ging es los. Also völlig offline, wie in einer haptischen Zeitschrift. Ich hatte kein Facebook-Konto, außer so ein paar. Also ich hatte ein Konto, aber halt so echte Freunde, so richtig, ich wusste, wer das ist. Und sonst hatte ich nichts und konnte nichts. Kein Marketing, kein Verkaufen, nichts und habe trotzdem halt begonnen. Und du hast dann einfach gesagt, Online-Coaching, aber für was? Also wusstest du das Gleiche oder hast du nur gesagt, Online-Coaching hört sich super an, damit starte ich, weiß zwar nicht mit was, aber irgendwas wird das schon. Genau so. Also ich hatte keine Ahnung was und man fängt, viele fangen ja dann an, ihr Ding zu suchen. Was will ich eigentlich machen? Und ich kam natürlich aus der Persönlichkeitsentwicklung und habe mir den Kopf zerbrochen, was kann ich anbieten? Was ist der erste Kurs, den ich online anbiete? Und es ging von Coaching für Baustelleninhaber, die gerade ein Haus bauen und besser verhandeln sollen und sich nicht streiten sollen. Das haben wir damals gemacht, mein Mann und ich. Wir haben gesagt, das wäre ein wichtiges Thema, über familiäre Verstrickungen lösen. Ich bin Familientherapeutin und bin am Ende gelandet bei der Arbeit mit feinfühligen Menschen. Also mein erster Kurs war, vom Sensibelchen zur Leading Lady, Frauen, die hochsensibel sind, zu helfen, sich besser abzugrenzen, Nein zu sagen und mehr für sich einzustehen. Und das waren meine ersten Gründen, ja. Und hat das direkt gut funktioniert? Ja, tatsächlich hat das direkt gut funktioniert. Ich glaube, du hast ja noch Tipps auch gefragt. Ich habe mir auf guter Österreich nichts geschissen damals. Also ich habe einfach gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet, macht man es richtig oder falsch? Wie ist so ein Format? Ich habe das Handy genommen und in Facebook reingeredet. Und es hat funktioniert. Also auch das Thema hat funktioniert. Ich bin natürlich psychotherapeutisch geschult. Ich weiß schon, wie man sprechen muss, was man sagen muss. Aber es hat funktioniert. Also ich glaube, dieses einfach mal machen, der Rest entsteht ja beim Gehen, war damals bei mir sehr hilfreich. Hast du eine Unterstützung am Anfang gehabt oder hast du mit deinem Mann, so wie du das gerade geschildert hast, einfach direkt begonnen? Ne, wir hatten schon einen Coach. Wir haben uns das einmal zeigen lassen, haben einen Kurs gebucht, weil, wie gesagt, ich konnte gar nichts. Ich hatte ein Facebook-Konto, that's it. Wir haben uns schon zeigen lassen, wie ist das überhaupt? Ich muss dir verkaufen lernen. Du kommst ja, glaube ich, vom Verkaufen, weil ich dachte so, wie jetzt, wie ich muss jetzt verkaufen? Was wollen die für euch? Ich will nur coachen und musst du plötzlich verkaufen. Das macht man nicht als Arzt. Das war so eine, okay, aha, so läuft das Spiel. Und dann habe ich es aber gelernt und mache es auch sehr, sehr gerne mittlerweile. Und mich da ein bisschen verliebt ins Verkaufen. Ja, also ich habe schon alles gelernt, Schritt für Schritt. Ja, und es ist so erfolgreich geworden, dass du dadurch Millionärin geworden bist, ne? Ist richtig, oder? Absolut richtig. Also nach drei Jahren hatten wir die erste Million und jetzt aktuell machen wir, ja, sechs Millionen waren es letztes Jahr. Wächst, wächst weiter. Und alles online? Alles, alles online mit ein bisschen, dass mich du inspiriert, Dennis, auch mittlerweile ein paar Mal im Jahr ein Offline-Seminar, ein, zweimal im Jahr. Aber mehr wegen der Stimmung, wegen der Kunden, Kunden mal treffen, Menschen treffen, offline zu arbeiten. Also es macht mir riesen Spaß, aber mein Steckenpferd ist online. Kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über dein Feedback in den Kommentaren, deine Empfehlung und dein Podcast-Abo für viele weitere erleuchtete Folgen. Was ist deine Motivation? Also was ist dein Antreiber da damals und natürlich auch heute? Hat es sich verändert? Oder, ja, also. Also damals tatsächlich, ich habe schon Medizin studiert, weil ich Menschen helfen wollte. Das ist auch gleich geblieben. Mein Herz ist, ich mag, das ist eigentlich, mag ich jeden glücklich machen. Also wenn ich mich ganz genau, am liebsten würde ich einen Zauberstab haben und sagen, alle Menschen sind glücklich. Ja. Das hat sich auch nicht verändert. Das hat sich der Weg verändert. Früher war ich Ärztin und habe therapeutisch gearbeitet, habe denen geholfen, glücklich zu sein. Und heute helfe ich Menschen über ihr Business glücklich zu werden. Ich glaube, wenn man beruflich erfolgreich ist, wenn man tut, wofür man hier ist auf der Welt. Und wenn man lernt, sich zu vermarkten und sich zu verkaufen, entsteht halt was ganz Wunderbares, weil du veränderst Menschenleben. So, ich bin ein bisschen mehr weg von dieser Arbeit als Arzt, wo du eins zu eins versuchst, einem Menschen zu helfen. Da hingekommen, wenn ich Menschen helfe, die gut, die zum Beispiel ein Coach sind, eine Energetiker, eine Ausbildung haben, sich zu mal vermarkten, sich zu verkaufen, helfen die wieder Menschen. Und allen ist geholfen am Ende. Es hört sich ja erst mal so leicht an, auch Online-Coaching, das mache ich jetzt mal und ich fange da einfach an. Ist das denn so easy peasy, dann einfach anzufangen und damit viel Geld zu verdienen? Oder kannst du jetzt auch im Nachhinein sagen, ja, schon einfach, aber es ist schon auch echt Arbeit? Ja, ich bin da sehr, sehr klar. Das ist schon auch echt Arbeit. Ich finde, der Reward, den ich heute habe, der ist natürlich gigantisch. Das hätte ich ja mit meinem anderen Job nie gehabt. Aber ich wollte zigmal hinschmeißen. Voll krasse Arbeit, auch die Auseinandersetzung mit Hate, die Auseinandersetzung mit Du bist sichtbar, dieses Rausgehen aus sich, eben diese Dinge wie Verkaufen lernen, Marketing lernen. Ich habe mittlerweile ein Team von 30 Leuten, ein Team zu führen. Also ich wollte nie führen, ich wollte das nicht lernen, wollte ich nicht. Aber es ist halt kaum so. Es ist Arbeit, es braucht schon wirklich Disziplin, aber was rauskommt, ist halt einfach, ich finde alles wert. Jeden Moment, jedes Tief, jedes Mal hinschmeißen wollen, ist es wert. Ich möchte es nicht mehr zurückgeben. Was waren die schwierigsten Momente in dieser Zeit, dieses Business aufzubauen? Ich kann mich erinnern an einen schwierigen Moment, da waren wir schon drei Jahre, da war ich schon drei Jahre da, wo ich wirklich pleite war. Obwohl es schon lief, obwohl wir es schon sechsstellig verdient haben, aber es kamen mal eine Zeit, einfach keine Kunden. Und du dann da denkst, oh shit, das Konz ist leer, ist alles weg. Und da, das kennt ja jeder Selbstständige, oder viele Selbstständige kennen das, dass du am Anfang, bis sich der Umsatz quasi stabil hält, geht der ja so rauf, runter, rauf, runter. Und das war ein Moment, wo es, da wusste ich wieder, da dachte ich, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Und da sich raus zu manifuieren. Obwohl wir da schon sechsstellig. Ja, da hatten wir schon sechsstellige Einsätze immer wieder. Was hast du denn mit dem Geld gemacht? Ja, fehlinvestiert. Falsch investiert, ja. Ja, was war denn da? Fehler gemacht. Was war denn da? Einfach Fehler gemacht. Was war denn da? Ich habe nichts gekauft, sondern ich habe tatsächlich nicht gut mit dem Geld gehaushaltet. Das ist auch so ein Ding, das ist ja was, was man lernen darf als Unternehmer. Ich konnte es nicht. Steuerrücklagen und so Sachen. Musste ich dann hart lernen. Aber es ging schnell, also ich glaube, ein paar Tage später war alles wieder gut, kamen bei Kunden. Aber das waren so Momente, wo du merkst, du arbeitest viel und es kommt nicht so viel dabei rum, wie du dir eigentlich wünschst, oder es ist halt weg. Wie hast du dich da rausgeholt? Ich habe mich rausgeholt. Ich bin dann, ich bin immer so ein Typ, der voll ehrlich damit ist. Also ich kann auch, ich bin nicht so ein immer-positiv-denken-Typ, sondern ich habe geflucht, ich habe geheult, ich habe mit dem Christ diskutiert, meinem Partner. Und dann haben wir den Fokus verändert. Und dann haben wir gesagt, was passiert jetzt schlimmstenfalls? Worst case ist, ich gehe wieder in die Klinik arbeiten. Das war ja worst case. Das war ein Traum, der zerplatzt ist. Aber am Ende wäre der Traum, wir hätten ihn trotzdem probiert und gelebt. Ja. So, und dann haben wir den Fokus verändert und haben, glaube ich, ein paar Tage später einige Kunden gemacht. Wir haben ein Webinar gemacht, Kunden gewonnen, war wieder gut. Und dann ging es bergauf. Was war die zweite Frage, irgendwas hast du noch gefragt? Ach so, persönlich, der größte Team oder die größte Herausforderung war, wenn man Social Media Marketing macht, ist man ja mit Angriff und Hate konfrontiert. Ich ja sowieso auch, weil ich über Geld rede. Also jeder, der sichtbar ist, aber wenn du über Geld redest, kommt nochmal eine andere Intensität rein. Und als das aus dem persönlichen Umfeld kam, als ich echt Freunde verloren habe, weil die nicht mehr verstanden haben, was ich mache, aber sich auch wie nicht ein Gespräch ergeben hat, warum tue ich, was ich tue, sondern bewertet wurde, abgelehnt wurde und auch tatsächlich Freundschaften beendet wurden. Das sind schon Momente, die Stärke brauchen und die Reflexion brauchen und die mich sicher zu einem, vielleicht auch anderen Menschen gemacht haben. Ich würde es wieder machen, ich würde es wieder in Kauf nehmen, aber das waren harte Zeiten. Das waren schon krasse Momente. Was war das für Hate, wenn du von Hate sprichst? Also Kommentare mit Anfeindungen? Einfach wirklich eine sehr, sehr gute Freundin, die mir gesagt hat, ich mache, also das, was ich mache, ist nicht richtig. Und dass sie es ganz schrecklich findet und dass sie mich schrecklich findet. Und so aus dem Nichts, also Menschen, die einfach nicht verstehen, die dann irgendwann privat und beruflich mischen. Das ist ja oft schwierig zu trennen für Zuschauer. Christina, die Privatperson, Christina, die auf Social Media ist. Ich bin ja authentisch, bin ehrlich und trotzdem habe ich ein privates Leben und bin nicht mein Beruf. Und wenn du eine Personenmarke bist, können das Leute oft nicht mehr trennen. So, du kannst es zwar selber, aber der Zuschauer nicht. Und wenn man erfolgreich ist, triggert es halt auch Neid. So, es gibt Neider da draußen. Viele Menschen hätten das auch gerne, anstatt selber loszugehen und sich dieses Leben zu erschaffen und durch die Höhen und Tiefen durchzugehen, projizieren sie den Neid auf dich und den Hass und die Wut und den Ärger. Und das passiert auch im Privaten einfach. Warum hat dich das so mitgenommen? Mich hat es sehr mitgenommen, weil natürlich steckte bei mir was dahinter. Also es ist ein ungelöstes Thema bei mir gewesen. Das habe ich mir angeschaut und es hat mich einfach verletzt. Also ich finde dieses im Persönlichen zutiefst in Wunden rein, wenn Leute da wirklich reingreifen, dich wirklich verletzen wollen, das nimmt mich mit. Das verletzt einfach. Magst du das uns sagen, was das Thema war? Ja, kann ich sagen. Also ich komme aus einer Familie, wo eine, ich bin ja Familientherapeutin, systemischer, habe ich in Heidelberg die Ausbildung gemacht, da kenne ich diese Themen grundsätzlich. Und ich komme aus einer Familie, wo in der Generation meines Großvaters ein heftiges Täterthema war. Der war ein Nazi, der war an der Grenze zu Jugoslawien und hat dort Menschen erschossen. Und zusätzlich war der, darf man das hier sagen, also der war einfach Kindern zugeneigt. Ach schön. Ja. So, das heißt, mir ist nichts passiert, gar nicht, aber es ist in dieser Familie einfach Thema gewesen. Und das eigentliche Thema dahinter ist dann Täter-Opfer-Thema gewesen. Sondern indem ich quasi in dieser Freundschaft so krass zum Täter gemacht wurde, du bist, du machst, du bist schuld, du bist schuld, wenn Leute nicht erfolgreich sind, wurde dieses ganze Thema nochmal aufgerissen. Und ich selber habe mir nicht erlaubt, Täter zu sein. Also ich weiß nicht, ob du es verstehst, was ich meine. Ich war so sehr immer beschäftigt, in meiner Karriere alles richtig zu machen, immer gut zu sein, immer lieb zu sein, weil es durfte ich nicht sein. Der böse Mann, der böse Mensch, der war ja tabuisiert bei mir. Ich habe meinen Großvater nie kennengelernt. Und in dem Moment, wo ich in dieses Eck gedrängt wurde, du bist der böse Mensch hier. Du bist schuld, du bist schuld, dass ich nicht erfolgreich wurde. Du warst bei mir im Coaching auch die Person und war sehr erfolgreich, aber nicht für sich, nicht persönlich glücklich, wurde ich quasi zu etwas gemacht, was ich nicht sein durfte und wollte und konnte. Also du hast deinen Großvater nie kennengelernt? Also wusstest du das nur durch Erzählung? Ich wusste es durch Erzählungen, ja. Und aus der familientherapeutischen Sicht, hat diese Wirkung eine Wirkung, weil es systemisch so ist, oder hat es eine Wirkung, weil es dir erzählt wurde und das so ein bisschen eine hypnotische Wirkung hatte? Ich glaube beides. Also ich glaube beides. Ich bin aufgewachsen mit sehr, sehr negativen Bildern über Männer, über Erfolg, über Täter sein, über Stark sein und das ist das eine. Und die hypnotischen Geschichten dazu haben mich natürlich auch geprägt, beides. Also dieses Gut, das ist ja ein spannendes Thema, auch wenn ich über Geld rede, Gutmensch sein. Das war in meiner Familie das Nonplusultra. Und Menschen, die erfolgreich sind, die reich vielleicht auch sind, die über Geld reden, das ist was ganz, ganz Schreckliches. Das ist so. Es war immer dieses, du musst einfach gut sein. Es war auch ein Teil, Ärztin zu werden war, um es gut zu machen. Und sich da raus zu bewegen und dann da nochmal reingestoßen zu werden, das war eine schwierige Zeit. Und wie lange hast du gebraucht, da rauszukommen? Hast du dir Hilfe gesucht oder hast du es durch Eigenreflexion geschafft? Also ich hole mir immer ziemlich schnell Soforthilfe, weil ich die Themen gerne schnell löse. Da habe ich tatsächlich fast ein halbes Jahr gebraucht. Und da war ich auch kurz davor aufzuhören, wieder. Da muss man ja auch erstmal selber drauf kommen. Also ich meine, wenn jetzt da Hater kommen und du emotional da, sag ich mal, angeknackt bist und dich dann da drin verlierst, da sitzt du ja nicht in deinem Wohnzimmer und sagst, ah, wo kommt denn das her? Ah, der Opa. Nee. Also nee, ich habe persönlich immer Coaches mindestens oder Mentoren oder Menschen, die mir helfen, weil ich tatsächlich, ich habe ein Multimillionen-Business, ich habe viele Menschen, die von mir Gehalt beziehen. Das hat ja auch eine Verantwortung, das ist ja, da habe ich ja Themen, die ich zum ersten Mal in meinem Leben habe. Ich erlebe ja fast wöchentlich irgendwas, was ich noch nie erlebt habe, womit ich umgehen muss. Das heißt, ich habe ein ganzes Team an Menschen, wo ich weiß, wenn es um Leadership geht, frage ich da. Ja, wenn es um sowas Persönliches geht, ist dieser Mensch für mich da. Und es gibt ja dieses, viele sagen, wenn du erfolgreich bist, bist du einsam. Das stimmt nicht. Aber was so ein bisschen, was ich erfahre, ist dieses, es gibt nicht so viele Menschen mehr, die nachvollziehen können oft, was für Dinge da passieren. Und da braucht man jemanden, der einem vertraut, der mal für einen, also ich brauche Leute, die für mich da sind, weil ich sehr viel für andere da bin. Und da habe ich mir Hilfe geholt, ja. Einmal erleuchtet und zurück wird als Videopodcast produziert. Falls du diese Folge nur hören solltest, laden wir dich herzlich ein, dieses Format auch bei Spotify oder YouTube als Videofolge zu konsumieren. Was würdest du empfehlen, wenn du ein Business aufbaust, gerade wenn es um Multimillionen-Business geht, dass du gute Berater, gute Coaches hast oder dass du regelmäßig dich reflektierst, auf dich hörst. Und wenn da irgendwie was ist, was dich blockiert, holst du dir sofort Hilfe. Ich ja, und ich würde es auch empfehlen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz einfaches Spiel. Ich habe große Ziele oder ich habe große Lebenslust, ich will vieles erreichen und ich habe einfach eigentlich gar keine Zeit, mir selber im Weg zu stehen, wenn es doch Leute gibt, die mir helfen können. Ich sage immer so, ich kann nicht kochen zum Beispiel. Ich kann nicht kochen, ich mag es auch nicht. Und ich habe eine Haushälterin, die kocht und ich habe einen Thermomix. Und mit Thermomix kann ich auch kochen. Ja, Werbung hier, Thermomix. Sogar, also genau. Oder die Evelyn kocht eben und mit ihr geht es auch. Aber selber kann ich es nicht so gut. Du hast jetzt zwei Kinder? Ich habe zwei Kinder, ja. Was sagen die dazu? Die können es nicht anders. Die kriegen ja gutes Essen, nur nicht von mir. Ja. Aber Mama lassen wir sein. Ja, am Wochenende manchmal, aber ja. Spannend. Die sind zufrieden. Ja, also ich finde das super spannend, wie du das auch erklärt hast, dass du auch jede Woche eine neue Situation hast. Und irgendwie ist das für mich immer so ein Moment, okay, ich habe eine neue Situation, das ist für mich eine Möglichkeit zu wachsen. Ist das für dich genauso? Also ist es für dich jede Woche irgendwie Potenzial zu wachsen, dass du selber noch größer wirst für dich? Ja, absolut. Und auf der einen Seite ist es das Wachsen, und auf der anderen Seite ist es das neue Dinge lernen. Also es ist, ich hätte mir nicht gedacht, ich hätte mir gar nicht gedacht, dass das so kommt, wie es kommt. Das war auch nicht mein Ziel. Ich wollte halt so ein gutes Leben haben. Und dann, ich glaube, mein Ziel war 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Das war für mich damals schon, wow, krass. Und dieses Wachsen und dieses Wissen und dieses mit Herausforderungen umgehen, das fasziniert mich schon. Und ich finde es toll, manchmal möchte ich mal gerne Pause davon, aber gehe ich auch ganz gerne wieder zu. Aber es ist schon was Tolles, was ich heute weiß, was ich früher nicht wusste, was ich handeln kann an Herausforderungen, die ich früher nicht handeln konnte. finde ich schon spannend. Ist das denn möglich, für jeden Millionär zu werden, wenn er sich bei dir anmeldet? Nein. Ehrliche Antwort ist nein. Das ist nicht möglich, weil nicht jeder alle Voraussetzungen mitbringt, die es braucht, um wirklich ein Millionen-Business aufzubauen. Aber was möglich ist, ist, dass du uplevelst. Dass das, was du heute glaubst, das für dich normal ist, du merkst, oh, das war aber echt nur so, das waren die Kinderschuhe. Also ich glaube, jeder Mensch kann über sich hinauswachsen und Dinge erreichen, die er nicht für möglich gehalten würde heute. Und auch mit unserer Hilfe sehen wir das ja tagtäglich, was Menschen, wie sie über sich hinauswachsen. Und ich glaube, dass es gar nicht darum geht, ein Millionär zu werden, sondern die beste Version von dir zu werden. Und mein Anspruch war das nicht. Ich habe Spaß dran. Ich habe auch Spaß dran, das noch größer zu machen. Weil eigentlich will ich ein tolles Leben haben. Ich frage es ja immer, gibt es überhaupt die beste Version von mir oder bin ich schon immer die beste Version? Und es gibt eigentlich gar nichts zu tun, weil ich ja grandios sowieso und wundervoll geboren bin. Ich habe es nur vergessen. Der Dennis. Eine. Dennis mit seinen Fragen. Ja. Weiter. Ja, weil ich manchmal so denke, vielleicht arbeiten wir zu sehr dran oder machen uns zu viele Gedanken, was ist die beste Version, wenn wir doch schon die beste Version sind. Also das ist ja so eine Philosophie von mir. Weniger nachdenken und mehr sich fühlen und lernen, sich so anzunehmen, wie man ist und genau richtig zu sein. Und daraus entstehen ja, weil du bei dir bist, vielleicht tolle Visionen, die du nach außen bringst. Und ist es nicht eher, nicht die beste Version zu werden, sondern vielleicht eher Menschen zu helfen, dass sie emotional und wirtschaftlich frei sind? Ja, also ich kann komplett mit dir mitgehen. Ich bin auch nicht mehr, ich war früher extrem auf dem Selbstoptimierungstrip und fand es voll anstrengend. Und habe irgendwann, eigentlich bin ich gut, wie ich bin. Bei mir ist, also ich bin auch voll bei dir, wenn du sagst, emotional frei werden, finanziell frei werden und natürlich auch durch Online-Arbeit ortsunabhängig. Also ich reise sehr, sehr viel und arbeite halt von überall. Was es bei mir noch ist, ist, ich habe persönlich eine ganz große Lust an Wachstum und an Potenzial ausschöpfen. So, und das ist gar nicht aus dem Gedanken raus, ich bin nicht die beste Version meiner selbst, sondern, ah, da geht noch was. Ach, das ist ja cool. Das ist eine Option, das ist eine Möglichkeit. Lass uns die erforschen für mein Leben. Ich persönlich habe eine große Lust an diesem Erforschen so aller, vielleicht the sky is and even the limit. Was ist da noch möglich, aber aus einer spielerischen Energie heraus? Da habe ich aber gebraucht, da hinzukommen. So, wie ich beschäftige mich gerade ganz viel, was ist denn möglich für mich als Mutter, als Frau im deutschsprachigen Raum, als Mama von zwei Kindern, wie groß kann mein Unternehmen eigentlich werden? Und nicht, weil ich einen Mangel habe, und sage, oh, sechs Millionen im Jahr reichen nicht, sondern, ach, wenn es doch geht, ist doch, warum nicht? Aber wirklich so aus dem Leben spielen. Es ist dieses Menschen wieder daran zu erinnern, dass dieses Leben auch nur eine Erfahrung ist, die wir halt gewählt haben und sich dann zu fragen, was will ich denn eigentlich erleben? Wenn alles sein darf und sein kann, was will ich eigentlich erleben? Woran hätte ich Spaß und woran hätte ich Freude? Gab es denn da mal so einen erleuchtenden Moment, wo du erkannt hast, okay, es ist alles möglich? Also warst du bis zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben so, also auch gerade als du in der Klinik gearbeitet hast, vielleicht noch so ein bisschen eingeschränkt und dann kam irgendwann eine Situation, wo du gesagt hast, nee, da geht auf jeden Fall noch mehr. Also gab es das? Ja, es gab es. Ja, ja. Also damals in der Klinik sowieso, das war wirklich für mich, ich war eine sehr gute Ärztin und in der Psychiatrie, also das sage ich persönlich, aber es wurde mir auch gesagt, Psychiatrie ist ja nicht ein leichtes Feld. Da siehst du ja schon viel, was man vielleicht nicht sehen will. Und ich hätte viele Dinge anders gemacht. Wenn ich Ärztin hätte sein dürfen, so wie es hätte sein können, hätte ich es anders gemacht. So, da ging es schon los. Ich habe Patienten anders behandelt als meine Kollegen. Das war so ein Punkt. Und ich habe dann auf meinem persönlichen Weg, ich habe viele spirituelle Sachen gemacht. Ich hatte auch mal so eine Erleuchtung, ich bin nicht erleuchtet, aber ich hatte so eine Erfahrung dieses, wo du plötzlich verbunden bist mit allem oder verstehst, was Menschsein ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das jetzt irgendwie nachvollziehen kann. Wenn du mal upspacest und es war so eine Nullpunktfeldmeditation und bin dann eingetaut, also aus mir raus und habe gesehen, was Menschsein ist. Und ich habe einen Lachkrampf gekriegt. Ich habe so dieses Divine Laughter gekriegt und habe, glaube ich, eine halbe Stunde nur gelacht, weil ich so verstanden habe, was wir hier machen eigentlich. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Es war ein Wissen und ein Gefühl, das da war. Und da, wenn ich mich daran erinnere, das vergisst man ja auch im Alltag, ist wieder dieses Spiel da. Und ich glaube, dass mein persönlicher Glaube ist, ich habe es gewählt, hier zu sein. Ich habe mir ausgesucht, die Erfahrung, Mensch zu machen. Dazu gehört auch Schmerz und Trauer und Wut und all diese Dinge, die wir als Mensch haben, weil sonst würde man nicht hier sein, wenn es das nicht bräuchte. Aber wir dürfen uns auch wieder daran erinnern, dass wir es spielen dürfen. Und ich bin hier, ich weiß sehr genau, ich bin hier, weil ich das erleben wollte. Ich bin hier nicht unfreiwillig. Ja. Auch hier nicht. Also genau. Ja, Emotionalfreiheit bedeutet für mich ja auch, dass du deine Emotionen alle zeigen darfst, aber dich nicht gefangen nimmst von dysfunktionalen Emotionen. Und dadurch, glaube ich, hat man ein großes Potenzial, viel zu erreichen. Ja, und ich finde, für mich sind auch viele Emotionen nicht dysfunktional. Es sind ja alle funktional. Wo und wie setze ich sie halt ein? Also sich selber da auch führen zu können. Dann kannst du dein Leben führen und kannst du andere Menschen führen. Ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes. Marketing ist auch nichts anderes, als Menschen zu führen. Verkaufen ist Menschen führen. Team ist Menschen führen. Und das fängt bei einem selber an. Und bei einer Grundlebenshaltung. Absolut. Ich meine ja zum Beispiel, Ärger in der Funktionalität ist ja uns gegeben worden, damit wir nicht aufgeben. Wenn der Ärger aber Richtung Schuld geht und du anderen Schuld gibst und andere Menschen klein machst, dann wird das halt dysfunktional. Also diese Unterscheidung herauszufinden. Dient es mir gerade? Oder ist das etwas, was andere unter mich klein macht? Dann ist es halt nicht cool. Absolut. Genau das. Und diese emotionale Freiheit ist ja bei dem Ganzen, was ich erreicht habe, ist ja, also das Geld ist was Tolles. Und das, was man damit erleben kann, ist toll. Das würde ich nie wieder hergeben wollen. Auch ich war gerade zwei Tage auf einer Yacht mit Freunden. Wir hatten einfach eine geniale Zeit. Aber das, was wir dort erlebt haben, das ist es halt eigentlich. Wie man sich erleben kann im Leben, wie man sich erfährt. Und das ist nicht bei mir, das Geld ist das Resultat dessen und nicht umgekehrt. Nicht das Geld hat mich frei gemacht, sondern durch das Freiwerden, durch die innere Arbeit, durch das Business aufbauen, musste ich so viel lernen oder durfte so viel lernen, mich so führen lernen, und dass ich das heute erleben und genießen kann. Gehst du da rein in deinen Seminaren, dass du dir mal die Ladung anschaust? Also wie ist das Thema Geld aufgeladen? Dass du mit den Leuten da durchgehst? Weil was ich mal wieder festgestellt habe, was spannend ist, dass viel auf diesem Thema Geld, also wie auch auf andere Themen, oft, ich glaube, das kommt ja auch aus der Gestalttherapie, dass so Schuld und Scham drauf ist. Und Geld ist dann da und dass man sich das dann nicht erlaubt, weil durch die Familiengeschichte, das, was du auch erzählt hast, das, was wir gelernt haben, die Bedeutung, die wir gegeben haben, das darf man nicht, das tut man nicht, das macht man nicht. Oder nur wegen Geld haben wir so viele Schwierigkeiten auf diesem Planeten oder so. Hörst du das öfters raus? Das ist der absolut zentrale Aspekt der Arbeit, die ich mache. Also diese ganzen Themen, die dahinterstehen, aufzulösen. Und das sind ja viele persönliche Familienthemen, wo man Schuldscham, Wut oder Nichterlaubnis bekommen, ein krass Thema Erlaubnis ist riesengroß beim Geld. Und dann diese Dinge zu transformieren, weil du dir wählst, was Geld ist. Und ich arbeite da viel energetisch und wenn Leute aus diesen ganzen Hirnkonstrukten aussteigen oder familiären Vorbelastungen oder Ladungen und das erste Mal für sich selber spüren, was Geld eigentlich ist, ist das ein wirklich schöner und magischer Moment, weil sie dann, es ergibt sich einen schönen Satz, wenn du nichts wüsstest über Geld, wenn du nie was gelernt hättest, wenn du gesellschaftlich von zu Hause, von niemandem was gelernt hättest und man die Leute so ein bisschen in eine ganz innere, zu einem inneren Raum führt und die dann das erste Mal anfangen, das ist Geld für mich eigentlich, ist es nie schlecht. Nie. Es ist so spannend. Keiner geht aus diesen Meditationen oder Trance-Reisen raus und sagt, oh, das ist voll schlecht, sondern das ist ganz was Schönes und Befreiendes. Und ich arbeite sehr, ja, ich arbeite, ich habe so viele Methoden, so wie du auch, ich arbeite so, wie es mir gerade ins Sinn kommt, mal energetisch, mal tough, mal wirklich Marketing, mal anders, ja. Ist das so deine Erfolgsformel, ist das so eine erleuchtende Formel, also die du wie selber für dich auch genutzt hast, um dein Business aufzubauen? Gibt es eine Formel oder ein Geheimnis? Nein, leider nicht. Ja, ein Geheimnis ist... Schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Mit Trailer sagt, es gibt hier nicht ein Geheimnis. Kein Termin. Das sagt sie auch wieder. Also, es gibt ein einziges Geheimnis, glaube ich. Wenn mich heute wer fragt, was ist, warum bist du erfolgreich, dann sage ich immer, weil ich lerne, was ich brauche, um dieses nächste Ziel von mir zu erreichen und dann tue ich das. Und dann lerne ich das nächste und dann tue ich das und das tue ich und repeat. Lernen, tun, repeat. Und das musst du halt mit einer gewissen Disziplin machen. Und die meisten Leute hören halt auf beim Lernen oder beim Tun. Entweder sie lernen es gar nicht oder sie haben das Wissen und tun es aber nicht. Oder tun es nicht lange genug, bis es funktioniert. So, und das ist vielleicht das einzige Erfolgsgeheimnis, das es wirklich gibt und es ist jetzt aber halt ein bisschen banal. Also, dranbleiben eigentlich. Ja, dranbleiben, das zu lernen, was du wissen musst, um etwas tun zu können, bis es funktioniert und dann das Ganze immer und immer wieder. Wir suchen ja ständig nach dem Heiligen Graal hier in den Folgen und den hat noch keiner uns präsentiert. Ja. Hammer, ne? Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und meldet sich dann an, sind das denn Leute, die wirklich frei entscheiden und sagen, ah, ich möchte gerne ein Business aufbauen oder sind das eher Leute, die sagen, ich habe so viel Mangel in meinem Leben, ich möchte jetzt raus, um mehr Fülle zu erleben oder die sagen, du bist jetzt die Hoffnung, mein Lottoschein, ja, der aber ein Garantieschein ist, dass ich dann da wirklich erfolgreich werde. Also was sind das so für Menschentypen, die zu dir kommen? Also es ist ja eine Frage des Marketings. Und Lottoschein und Garantieschein, das verkaufe ich nicht, weil das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht, sondern es sind Menschen, die merken, das, was ich jetzt lebe, das, was ich jetzt habe, das, das, viele haben ja schon ein bisschen das eigene Praxis oder so, das reicht mir nicht mehr. Ich will mehr. Ich möchte unabhängig sein. Ich will keinen Chef mehr. Für mich der größte Horrormoment meiner Arztkarriere war es, mein Chef, diese kommt rein mit diesen Urlaubszetteln, wo man hinschreiben musste, wann willst du, wann willst du und der hat halt diesen Urlaub nicht genehmigt. Und dann sitzt du da und du kannst nichts sagen, kannst auch nichts tun, aber Sternbauer, nein, geht nicht, können da nicht auf Urlaub fahren. Ich habe gesagt, wie geht nicht? Ich habe zwei Kinder, da ist der Kindergarten zu, ich kann, ja geht halt nicht, Personalmangel. Und es war für mich, als freiheitsliebender Mensch, war das so, ne, Wut als Antrieb, never ever, ich will nicht jemanden haben, der über mein Leben und meine Zeit bestimmt. Und das war mit ein Antrieb. Und solche Menschen kommen, die sagen, es ist schon okay, es ist schon gut und ich möchte aber mehr. Und Menschen im tiefsten Mangel sind, denen kann ich auch helfen, aber meistens braucht es diese Arbeit noch vorher ein bisschen, den Fokus schon zu schiften und nicht im totalen Mangel anzufangen. Gerade wenn du Kunden, du lernst ja bei mir, wie du Online-Kunden gewinnst. Im Mangel gewinnst du meist nicht so gut die Kunden. Weil dann geht es nämlich um dich und nicht um den Kunden. Dann kriegst du alles, was du nicht haben willst. Du kriegst ja das, was du nicht haben möchtest und du, wenn du Coach bist, sollst du Menschen helfen und nicht die sollen dir helfen. So ist es ganz häufig so, ich muss jetzt einen Kunden gewinnen, weil ich muss Rechnungen bezahlen. Aber eigentlich ist der Kunde der, der ja was bekommen soll von dir und dieser Shift, der muss schon da sein. Entweder mit unseren Programmen oder schon vorher da sein. Also Mindset ist ja ein modernes Wort. Man könnte auch sagen innere Haltung. Ja, ist Grundlage. Das guckst du dir an. Dann arbeitest du mit denen, dass sie eine gute Haltung haben. Und dann brauchst du natürlich auch Strategien. Ja. Und was sind denn so tolle Strategien, die du unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben kannst, wo du sagst, wenn ich euch jetzt so fünf Dinge mitgebe oder drei oder sechs Dinge, dass wenn du das, 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 das machst, dann ist schon eine gute Wahrscheinlichkeit. Ja, ich liebe ja Strategie. Also ich liebe das. Das Erste, was du wirklich haben musst, ist ein gutes Angebot. Ich rede nicht mal so gern von Positionierung, weil das klingt so, oh, ich will, muss mich entscheiden, sondern was ist dein Angebot konkret und wem hilft es konkret? Und da ist der zweite Punkt, warum viele nicht erfolgreich sind online, ist, weil sie den Kunden nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen und nicht ausdrücken können, mein Angebot ist für dich, wo du jetzt heute hier stehst und zum Beispiel nicht kannst, all dein Wissen, ich habe viele Kunden, die haben zig Zertifikate, zehn, zehn tolle Sachen, die man sich an die Wand hängen kann, aber können nicht ihre Botschaft, das, was sie eigentlich tun, so formulieren, dass es ihr gegenüber versteht und gehen dann wieder in Kurse, weil sie denken, wenn ich jetzt noch eine Ausbildung mache, dann weiß ich genug und dann kann ich Menschen helfen. So, das war jetzt zum Beispiel sehr klar formuliert und das muss jeder lernen. Also wo steht der Mensch jetzt und dieses als Mäuschen im Schlafzimmer zuschauen. Wenn du das kannst, ist schon mega. Und Punkt Nummer drei, da bin ich ein absoluter Verfechter, ist, sich mit Facebook oder Social Media Werbung auseinandersetzen. Aus meiner Sicht heutzutage nur organisch geht am Anfang zum Ausprobieren und dann halt nicht mehr. Also du musst lernen, Werbung schalten zu können. Ordentliche Funnel zu haben, diesen Marketing ist ja nichts anderes als Beziehungsaufbau zu machen und der darf halt über Social Media funktionieren. Und das zu lernen, wie flirte ich mit jemandem, was kommt denn dann, bis der Mensch halt mit einem ins Bett steigt, so könnte man sagen, bis der Kauf kommt. Das ist eigentlich eine sehr schöne, ist eigentlich was sehr, sehr Schönes und viele haben Angst vor Marketing, Angst vor Verkaufen, Angst vor Social Media Strategien oder Funneln und ich sage immer, eigentlich ist es einfach nur Beziehungsaufbau und wenn du gut bist im Thema Beziehungen, dann ist das nichts anderes, nur du musst es verschriftlichen. Weißt du schon, wie viele Millionäre oder Millionärinnen du schon erschaffen hast? Weiß ich, aber das ist ein bisschen eine tricky Frage und da muss man immer fragen. Oder finanzielle Freiheit. Machen wir das Rechnungs ein bisschen runter. Ein paar hundert. Millionäre ist deshalb so, viele würden jetzt da voll damit werben, ich mag es nicht so gern, weil wann kamen denn die Leute, ich mache ja, ich bin ja nicht schwanger gewesen mit den Leuten, sondern die kamen irgendwann in meine Programme, hatten ja schon was mitgebracht oder waren dazwischen noch woanders. Es ist, mein Teil ist nur ein Puzzlestück, das ich dazu gebe. Also ich habe jetzt gerade aktuell Kunden gesagt, das ist zu 100 Prozent dein Verdienst, die Millionäre geworden sind im letzten Jahr. Aber ansonsten sind, trage ich, ich trage einen Teil dazu bei, einen sehr erfolgreichen Teil und viele Menschen schaffen damit fünf- und sechs- und siebenstellige Businesses. Ich kenne eine Kundin von dir, die hat gerade bei einem Launch 500.000. Ja, genau. Aber bei dir? Ja. Und so, also ja, ich habe ein paar, aber ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht zähle, weil ich es einfach nicht zähle, weil die kamen woher, die gehen wohin. Ich bin ja nur ein Wegbegleiter für eine gewisse Zeit. Und da gebe ich mein Bestes und freue mich, wenn es funktioniert. Ja, also wir freuen uns auch, wenn das für deine Kunden funktioniert, weil wir sind auch jemand, zu sagen, hey, wenn jemand Geld ausgeht, zu guten Coaches, Trainern geht und dann auch noch in die Umsetzung kommt und das für die funktioniert, das ist eigentlich so das schönste Ergebnis, was man, glaube ich, erleben kann. Ja, ich denke auch. Dann funktioniert ja dein Produkt. Ja. Also die Produkte funktionieren auf jeden Fall, weil sonst hätten wir, du kannst auch nicht sieben Jahre am Markt sein mit solchen Angeboten, ohne, dass du, wenn du nur laberst, das geht, das ist nicht. Und für mich, die schönste Freude ist eben genau das, wenn jemand, mir ist es auch wurscht, ob jemand eine Million macht oder nicht, aber wenn jemand sagt, boah, ich bin frei geworden, ich habe gekündigt, ich habe keinen blöden Chef mehr, viele Therapeuten, die zum Beispiel irgendwann sagen, ich kann, ich kann schon meine Kunden nicht mehr hören. Gibt es ja auch, wenn du in der Praxis bist und sechs Stunden am Tag Therapie machst, die dann sagen, ich freue mich wieder. Das ist also dieses, das Glück in den Augen von einem Menschen zu sehen, weil sie woanders stehen als vor einem Jahr, das ist das Schönste. Es geht ja auch nicht um die Million, glaube ich. Ich habe also Jungtrainer auch, die heute Peru-Reisen machen, mein Freund Simon Lechner, ich weiß gar nicht, ob der ihn kennt, so Kevin Kodarski. Und die leben so ihren Traum und machen halt Peru-Reisen, da gehen sie meditieren und dann sind das immer so zehn, 15 Leute und die sagen halt, das ist jetzt nicht so, dass wir da mit Multimillionen verdienen, aber wir haben so ein gutes Auskommen und so ein schönes Leben, dass sie auch noch Zeit haben, surfen zu gehen, durch die Welt zu reisen und von überall auf diesem Planeten zu arbeiten. Und wenn sie Lust hätten, können sie es aufdrehen, aber haben sie gar nicht, also weil sie auch noch Zeit für sich haben wollen. Und ich glaube auch da als Tipp für die Zuhörer und Zuschauer, wenn du etwas machst, ja mach es nicht das Geld deswegen, sondern vielleicht einfach der Energie dahinter, Freude, Liebe, Freiheit und deine Träume einfach zu verwirklichen. Du hast ja vorher auch über Geldglaubenssätze kurz ganz nebenbei gesagt, wo wir das lösen. Wir haben ja keine guten Vorbilder von wohlhabenden Menschen, die auch glücklich sind. Daher kommt ja dieses Geld macht einsam, Erfolg macht einsam, Geld macht doch nicht glücklich, weil es so wenige gibt. Wir sehen in den Hollywood-Filmen die reichen Vorstandsvorsitzenden, die irgendwann aussteigen oder die Frauen, die Mannweiber sind zwischen diesen zwölf Anzugträgern und darum geht es halt nicht. Es geht um, dass du glücklich bist und Geld ist ein Werkzeug, mit dem du Dinge tun kannst, die dich glücklich machen, aber nur Geld macht keinen Sinn, nur Glück würde da mehr Sinn machen. Und beides ist halt das, was ich besonders finde. Das finde ich einfach spannend. Ich finde halt die Dinge toll, die man machen kann mit Geld. Aber, und da muss man auch ehrlich sein, ob du drei Millionen im Jahr machst, sechs Millionen oder zwölf, der Glücksunterschied ist ja nicht mehr da. Das ist nur mehr das Spiel im Kopf, so wie bei, keine Ahnung, wenn man früher Nintendo gespielt hat und gesagt hat, schaffe ich noch ein Level, schaffe ich noch ein Level. Das macht mir Spaß. Aber für mein Glücksniveau brauche ich es nicht. Brauche ich nicht. So wie es jetzt ist, ist super. Kann da auch eine Sucht entstehen? Also noch ein Level, noch ein Level, schaffe ich das? Geht da noch was? Geht da noch was? Dass man vielleicht dann auch irgendwann den Absprung verliert, zu sagen, hey, ist einfach cool, wie es ist und ich mache vielleicht mal was ganz anderes. Absolut. Kann total entstehen und ich glaube, da muss man, oder mein Weg damit ist, wirklich immer wieder zu schauen, geht es mir gut? Geht es meinen Kindern gut? Geht es meiner Partnerschaft gut? Will ich halten? Will ich wachsen? Wachsen. Mit so einem Unternehmen ist immer Aufwand, immer neue Strukturen, dieses Aufdrehen. Das braucht ja, weil du kannst ja nicht einfach aufdrehen irgendwann. Also ich kann zwar mehr Geld in die Werbung geben, jetzt bei unseren Funnel kommt mehr raus, aber dahinter muss ja auch ein Fulfillment sein, heißt mehr Mitarbeiter, andere Strukturen, ist immer Aufwand. Und da darf man mit sich sehr ehrlich sein, mache ich es jetzt, weil ich Lust habe und weil ich wirklich davon überzeugt bin, nehme ich auch das Team mit. Also wir besprechen solche Dinge, mittlerweile bespreche ich die immer im Team. Wollen wir halten? Wollen wir wachsen? Wollen wir auch zurückdrehen? Auch das haben wir schon gehabt, wo ich gesagt habe, Moment, mal kurz auf die Bremse, wir müssen ein paar Dinge ordnen. Oder sagt das ganze Team, ja go for it, haben wir Lust drauf? Und das, ich würde es nicht, ich möchte, es ist mein Weg, das muss ich auch lernen, aber so funktioniert es für mich. Und damit ist auch Wachstum was Schönes, wenn es so im Einklang mit dem ist, was man eigentlich leben will, weil du lebst, um zu leben und nicht um Geld zu verdienen. das Business, das Geld darf dein Leben unterstützen und nicht umgekehrt. Das Leben darf niemals, aus meiner Sicht, ab einem gewissen Standard unter dem Geschäft leiden. Hast du diese Balance gefunden? Ja, im Moment schon. Dann wünsche ich mir dir auf jeden Fall, dass es so bleibt. Wo finden die Leute dich denn, wenn die das jetzt interessiert hat und die möchten einen ähnlichen Weg einschlagen, wo können die dich finden? Am einfachsten auf, über die Webseite christinastermbau.com oder YouTube, Podcast gibt es auch, aber über der Webseite, mein Name, Webseite, googeln findet man genug. Ja, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Ich möchte mich auf jeden Fall, ja, wir beide möchten uns sehr, sehr bedanken über diesen tollen Einblick und ja, in deine Perspektive, wie du das alles so gestaltest. Fand ich super spannend, sehr, sehr inspirierend. Du hast die Karte noch nicht gezogen. Ja, du kannst jetzt dem Mario eine Frage stellen. Ja, du kannst jetzt dem Dennis eine Frage stellen. Du musst ja nicht immer das letzte Wort haben. Machen wir euch beide, ne? Das geht auch. So, lieber Dennis, fange ich mit dir an. Was ist denn Geld für dich und Geld und Erfolg? Was ist Geld und Erfolg für dich? Oh, das ist eine spannende Frage. Also Erfolg ist etwas für mich, glaube ich, dass wenn ich irgendetwas mache und daraus etwas folgt, was mich glücklich macht. Sehr schön. Ja. Und das kann aussehen, wie es aussieht. Also, dass ich mein Leben lebe, also so in Liebe und Freude lebe und die Dinge, die ich tue und daraus etwas folgt, was einfach schön ist. Das ist für mich Erfolg. Und Geld ist, ja, also ich weiß nicht, ob der Satz Mittel zum Zweck richtig ist. Ich glaube, es ist einfach das, was dazugehört in diesem Leben und uns dient und Möglichkeiten gibt, auf der materiellen Ebene, das ist für mich, das ist für mich. Und das ist für mich, das ist für mich, das ist für mich, das ist für mich, eine Entscheidung zu geben, wo aber mein Herzenswunsch ist, dass die sich selber absichern können, aber wenn mal was sein sollte, dass da nie Not ist. Und Geld ist ein, ja, es ist wie ein Zuhause. Also ein Haus, wenn du ein Haus hast, brauchst du ja auch nicht. Also du brauchst schon ein Dach über dem Kopf oder ein Auto. Es gehört ja einfach dazu und das sind einfach Möglichkeiten, die heute uns in Europa, wenn wir hier in Europa leben oder in der Welt leben, eine Freiheit gibt. und da kann man ruhig in Freundschaft gehen. Also ich sage mal, Geld darf kommen und darf auch in die Welt gehen und darf auch die ganzen Freunde wieder mitbringen und darf fließen. So wie alles. Sehr schön, ja. Ja, Mario, ich frage dich genau das Gleiche. Was ist denn Erfolg und Geld für dich? Ja, also im Prinzip ist es ja ähnlich, das, was Dennis gesagt hat. Also mir ist in der Vergangenheit so aufgefallen, also ich hatte auch viele Situationen in meinem Leben, wo ich für das Geld arbeiten gegangen bin und das war sehr, sehr anstrengend. Und es gab auch Situationen, wo ich etwas gemacht habe, wo ich ja Freude empfunden habe, wo ich mich kreativ austoben konnte. Also das ist bei mir ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wo dann das Geld, also die Nebenrotter gespielt hat sozusagen, so wie du das auch so ein bisschen beschrieben hast. und ja, also das ist es dann wert. Also so Geld zu verdienen ist wertvoll, finde ich. Und das andere, die andere Situation, wenn man wirklich um Geld zu verdienen arbeiten geht, das ist für mich anstrengend. Also das, deswegen, also das ist meine Empfehlung an mich und das kann ich auch nur so empfehlen. Also das Geld für dich und du nicht für das Geld. Ja. Ja, ich glaube, das ist alles ein Teil. Ich meine, wenn hier ein Sessel oder ein Sofa ist oder so und sagst du ja, warum ist dir das Sofa wichtig? Darüber denkt ja auch keiner nach. Oder magst du das oder nicht? Und sagst ja vom Aussehen. Oder ist es bequem oder nicht bequem? Und es ist einfach schön, etwas zu haben, wo du dich gemütlich machen kannst und schöne Stunden erleben darfst. Und so ist das, glaube ich, auch mit Geld. Also wenn du das so integrativ siehst, also dass es einfach dazugehört und nicht wichtiger ist als alles andere, sondern irgendwie eine Gleichwertigkeit hat mit allem, was du hast, dann wird das auch immer da sein. Ja, es ist voll spannend. Bei meinen Kindern, die erleben das ja natürlich so. Die haben ja nicht die negativen Glaubenssätze auf Geld. Die erleben halt, dass wir viel arbeiten, im Sinn von, es ist wichtig, wir arbeiten stundenmäßig gar nicht so viel, aber es hat eine Wichtigkeit, unser Geschäft. Aber die wachsen zum Beispiel ganz anders auf mit Geld, aber nicht im Sinn von, sind verwöhnt und kriegen ganz viel, sondern für die hat Geld halt einfach, ist normal. Man redet über Geld oder nicht, man hat es oder nicht. Also es ist wie, wie gehört dazu. Und das, glaube ich, haben wir verlernt, gerade so in der ein bisschen spirituellen Szene. Wir werten nicht, aber Geld ist was Schlechtes und das stimmt. Geld ist ja nur das, was du daraus machst. Und du hast so schön gesagt, Erfolg ist, da folgt etwas und das soll mich glücklich machen. Geld ist auch nichts anderes. Ich entscheide ja, was ich damit mache. Und wenn es mich glücklich macht, alles nach Afrika zu spenden, ist das ja okay. Darf jeder machen. Wenn ich auf einer Yacht sein möchte, ist es auch okay, wenn ich schöne Stunden habe. Und das haben die Menschen verlernt, dass jeder, Geld ist ja was hochindividuelles. Wo wir dann eingeladen werden auf die Yacht. Genau, wo ihr dann eingeladen werdet. Cool, jetzt ist das offiziell bestätigt. Offiziell. Also jeder soll damit machen, was er möchte. Und dann ist es wieder Mittel zum Zweck. Gerne. Ja, dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hergekommen bist. Ich fand das sehr spannend. Schönes Gespräch. Ich hoffe, dass ihr eine Menge mitnehmen konntet. Auf jeden Fall werden wir natürlich die Kontakte haben, die schon uns packen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like hinterlassen oder du sagst auch immer irgendeine Glocke. Genau, Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier von solchen wundervollen Folgen Kanal abonnieren, kann man ja auch machen. Lasst uns euer Feedback doch auch gerne in den Kommentaren. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und wenn ihr sonst noch was auf dem Herzen habt, meldet euch bei uns auch über E-Mail und so weiter per Rauchzeichen. Die Rauchzeichen ist auch so. Oder wenn ihr Brieftauben oder wenn ihr Lust habt, dass wir jemanden einladen sollen oder ein bestimmtes Thema euch interessiert, dann gehen wir den wagen und dann machen wir das. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei einmal erleuchtet und zurück. Zurück. Yes. Tschüss. Bis dann. zutherzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorzorz Untertitelung des ZDF, 2020